Feuer, Feuer, Feuer! Fick dich! Und tschüss! Tja, Leute. Das können wir diesmal nicht kaputt schlagen, nein? Shit weg! Shit weg! Shit weg! Aua! Da kenne ich nichts mehr! Hier, dann ist es immer noch! Ja, es sind ja auch keine Gegner da! Ey, jetzt sag nicht, ich kann wegen diesem Scheiß da... Hier, komm! So. Das machen wir erstmal hier. Schubsi, schubsi! Ey, weißt du, ich bin Milliarden von Kilometern weg. Und was passiert? Ich kann diese Scheißen nicht machen. Das ist so dumm mit der Steuerung, ey. Hier, komm! Ich ramme ihm das Schwert 5000 Mal quer durch den Schädel. Und was macht er? Er stolpert. Ich seh' nichts mehr! Ich schubsi! Ich schubsi! Ich schubsi! Smash den Wichser nieder. Ey, jetzt reicht's mir aber doch irgendwann mal. Au Ja, nee, warte Verrückter Mongo Ist der gerade runtergeflogen und hat geschrien Sei verdammt Ach, come on Ey, das ist doch Bullshit hier Ja, komm Deine Mutter, Alter Schon wieder gestorben, ey Das kannst du doch keinem erzählen mehr hier So, warte mal Da kommt doch einer hoch jetzt Tschüss So Und tschüss Und tschüss Und tschüss Und tschüss Ey, jetzt war... So, ich hab zwar nix gesehen Oh, einfach nur weil ich es kann, ey Okay, ich muss hier runter Ah Ja, Leben Deches Da nehmen A, B, A Da nehmen A, B, A Boom, Baby Schubs Ah, ich will nur weil ich es kann, ey Meins Ja Beches Alles mir Ich glaube, wir müssen sogar Eier oder sowas suchen, richtig? Boah, voll die Eier Also ja, drücke bei gespannten Bogen LT, um den Pfeil mit Magie zu versehen Drücke dann A, um zu schießen Weiter mit A Einfach nur weil es nicht übertrieben ist, ey Naja, kommt gleich der Megaschuss Boom Hopp Achso Äh Ja Ich warte Achso Okay Aber Einige Zeilen sehen schon sehr schön aus, muss ich ganz ehrlich zugeben Ha, ha, ha Ich bin ja schon wieder fast down Aber wer, Bermi, stelle ich mich denn an hier? Ja, Gott sei Dank Willst du mich verarschen? Oder sonst irgendwie? Okay, hier kann ich es ja verstehen Wenn die, äh Ins Wasser fliegen und dann, äh, so mäßig sterben halt Kampé Aber beim anderen Mal konnte ich das echt nicht nachvollziehen Ja, hallo Ja, hallo Ja, warum geht's dir wohl nicht gut? Weil du meine scheiß Befehle nicht befolgst Hier, weg damit Fucking Double Kill Ja, super, ey Weißt du was? Arschlecken jetzt hier Fick mich doch Komm, bock mal auf den Scheiß hier Ja, ne Ist klar Jetzt muss ich diese Milliarden von Drecksviechern da aufhalten, oder was? Ach, komm, ey Fickt euch Fickt euch Fickt euch Fickt Ja, ha So Das war stahllos jetzt so Mit Drehrung Boah, stopp, zuck Nein, okay, er ist kaputt Warum dann hast du Oh nein Hä Habe ich da was nicht mitbekommen? Ich glaube, das soll die Stelle gewesen sein Wo er mit diesem Einfall so eine ganze Energie verbraucht hat Brücke von Darit Auf normal Inhalt wird gespeichert Palabra, Palabra Aber Eragon Brom Ah, da hat er drei mehr als ich Ja, okay Aber ich war ja auch ziemlich eingesperrt dahin gerade, ne Fortsetzen Eragon hat gelernt, wie man magische Pfeile verschießt Ziehe und halte LT plus RT gedrückt und drücke anschließend A, um magische Pfeile abzuschießen Fortsetzen Fortsetzen A Ja, wo sind wir jetzt? Razak jagt Jetzt wird's interessant Ja, hab ich doch gerade gesagt Bullshit, ey Oh, was ist das denn? Moment, das So, ich habe jetzt für ein Level 23 Minuten gebraucht Während Brom und Eragon aus Darit flohen Erzählte Durza dem König, dass der Drache geschützt war Und von dem neuen Reiter Galbatorix tobte Eragon, der jüngste Reiter einer langen, edlen Reihe Lernte auf Saphira zu reiten Mal sehen, ob du das fängst Ja, ich darf Saphira fliegen Fang vier Tauben, um deine Ausbildung abzuschließen Die Tauben füllen Saphiras Gesundheit wieder auf Alter Okay Swing dein Ding mit dem Schoko Steuer, Saphira Was muss ich denn machen? Ich muss die einfangen, ja, ich weiß Au Das war eine Taube Nein, ist doch nichts dran Ich kann nichts anderes machen Nein Oh, okay Nicht durch die Bäume Und ich kann Jemanden mit meinem Schwanz schlagen Um Zu verhindern, dass Okay, jetzt werde ich langsam mal Sieht schon nicht schlecht aus Drücke und halte Ertion Einschießen Nice Angelegenheit Nach links Ah Da ist er Bist du denn verrückt? Nein Mach doch keinen Scheiß Wo? Ich sehe sie nicht Ah Ich sehe den weit Lauter Bäumen Nicht mehr Ach Gott Die Witze waren auch immer besser Langsam Okay Und wir Gas geben Schwing dein Ding mit dem Schokorie Also ich muss sagen Sieht jetzt nicht sehr schlecht aus Auch flüssig läuft alles rum Brissinge Nein Mach doch keinen Scheiß Ach come on Habe ich doch gehabt Habe ich den doch Es bleibt doch mal geschmeidig Kollegen Ja ne Ist klar Ja Ja Mein Gott Kann ich ins Wasser fliegen? Ups Halt Stein So Den krieg ich jetzt aber Den krieg ich aber Komm schon Saphira Hast du Ha Wie soll ich es denn sonst machen? Okay Du hast es denn sonst armor Was ich bin Du